Peufelswisch und Wanzenwurz helfen gegen Öblen? Schau nicht so lange hin, mein Junge. Christine ist bereits vergeben, sie wird in Bälde heiraten. Der König hat uns betrogen! Dreimal ist die Suppe fein, wird mein Mann für immer sein. Aufwachen, die Sonne lacht. Warum lerne nur ordentlich zu? Von mir aus kannst du gehen. Nur einen kleinen Dienst sollst du mir noch tun. Und der wäre? Mein Licht ist dort hineingefallen. Hol es mir wieder rauf und ich werde dich in Frieden ziehen lassen und ohne Groll. Dein Licht? Mein blaues Licht, das Lieferlischt. Nun gibt es mir! Erst wenn ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehe. Dann fahr zur Hölle! Was kann ich für euch tun, mein Herr? Rücken gerade, Kinn gestreckt. Wollt jedes Königs Schatzkammerkönner, ihn in den Kerker setzen? Sein Schloss in Schutt und Asche legen, ein Wort genügt. Bringt mir das Wertvollste, was er hat. Hier bin ich, Teuerstel. Seid ihr bereit? Wer seid ihr? Jakob. Jakob. Ich habe euch geholt. Ein Traum, Saison. Ich flehe dich an. Geh mit mir fort. Er greift ihn! Nein! Und sie schafft mir aus den Augen. Was kann ich für euch tun, mein Herr? Befreit mich! Schnell! Wer ist das? Ich bin der Geist der Rache für heute. Halt! Keinen Schritt weiter. Ich warne euch, ich war sehr gut, damit umzugehen. Geist der Rache für heute. Untertitelung des ZDF, 2020